hallo und herzlich willkommen hier auf macrosa tv ich bin es wieder euer bio und zusammen spiele ich mit dem space engineers genau es war jetzt gar nicht abgesprochen nein überhaupt nicht folge haben wir euch ein bisschen was gezeigt so was der eisbengen hier so alles in der station getrieben hat und ja ich war ja aktiv er war ja nun mächtig fleißig gewesen hier haben wir ja nur noch zum schluss gezeigt unser andock system hier was wir haben damit alles aus unserem container in unsere station automatisch wandert nicht dass wir das jetzt hier immer alles per hand schleppen müssen das ist ja nun schon steinzeit das haben wir jetzt allerdings nicht mehr so als lieber eis trägen denn sag uns mal was müssen wir jetzt machen ja super machen ich muss erstmal dafür sorgen dass das auch wirklich übertragen wird video ausdorn naja gut gucken dass es auch wirklich übertragen wird jetzt erstmal so er hat wahnsinnig viel in den verbinder schon reingeknallt ok muss ich den anderen verbinder wahrscheinlich auch noch auf die stellen auf einsammeln verbinder 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 so welcher verbinder ist der andere der da alles einsammeln und block ist eingeschaltet förderband system so gucken dass wir das auch alles sammelt hier wieder soll ja wenn ihr auf jeden fall jetzt die folge seht sind schon massig folgen von medieval engineers bei uns auf unserem youtube kanal leider mit mir alleine zur zeit nur weil es ja noch kein multiplayer modus gibt und muss man ganz ehrlich sagen ich bin mal gespannt was da noch alles so dazu kommt was jetzt so eine recht frühe version jetzt von medieval engineers und hat man natürlich noch nicht so viele möglichkeiten ich wollte also hat er probiert gehabt meine mühle zum laufen zu bringen leider funktioniert das nicht so wie ich das wollte weil die technik es gibt kaum technik aktuell ok und von daher kann man jetzt eigentlich so viel zeigen in der ersten staffel auf jeden fall ist es ja so dass ich ja die stadt bauen der zweiten erinn die burg wollte ich dann eine burg zeigen ich bin gerade noch schwer beschäftigt hier ich muss ein bisschen schieben trotzdem noch mal ein bisschen weil aber man kann zumindest jetzt wie theoretisch alles mit einmal vom schiff einfach überschieben denn warte mal ganz kurz mal komplett hat das weg meint jetzt wieder an mit h in der regel passiert nichts und mit h kann ich ein und ausschalten ach so ich habe es umgelegt die taste ich habe es ja auf h gelegt ich kann jetzt natürlich nicht sagen was ja warte mal ich kann ja mit f1 erdrücken habe hier gelernt ja man lernt so ein bisschen wenn man die gleichen spiele eigentlich eher so und ab ist es aber dieses gab es ich habe es aber oft habe ich inventar auf tab deswegen das habe ich darauf gelegt weil ich es von ich sagte es einfach von skyrim so kennen da ist das inventar auf tab skyrim und da ich das so lange gespielt habe habe ich mich daran gewöhnt dass tabs inventar ist das ist einfach umgestellt habe ich werde mal kurz ein cup machen und melde mich gleich noch mal wieder ich scheinbar habe ich ein paar bildprobleme drin die will ich jetzt mal schnell bei sich ja aber die bildprobleme sind immer noch da wenn ich mich zu schnell umgucke dann habe ich da so eine so eine ja zieht das bild nach hoffe es seht ihr jetzt nicht so krass wie ich es jetzt sehe ok naja doch das ist schon extrem ja große container ist leer wo hatten wir das jetzt alles hingeschoben mit dem verbinder nach verbinden dann könnte das schiff theoretisch schon wieder abgedockt werden und das schiff ist leer ist leer oder wie unser schiff ist leer ja gut was müssen wir jetzt machen als thema schießlos also wir könnten jetzt natürlich die station einfach ganz gemütlich ressourcen verarbeiten lassen und währenddessen selber schon wieder das zusammen oder benutzen die ressourcen die wir noch haben und bauen damit nicht ich glaube bauen wir für uns allen wahrscheinlich ein bisschen interessanter naja glaube ich auch wir haben noch unverarbeitetes eisenerz von knapp 57 tonnen das sollte noch ein bisschen reichen das problem ist die raffinerien sind immer noch beschäftigt mit anderen sachen also ihr merkt schon auch zwei raffinerien sind zu wenig ja das problem ist dass das immer noch beschäftigt sind die anderen ressourcen die wir abgebaut haben zu verarbeiten mhm Gott sei Dank ist das bald vorbei wieso es läuft die letzte tonne uran zum beispiel dann ist endlich das uran komplett verarbeitet darauf freue ich mich schon wenn endlich das uran alle ist der uran dauert am längsten jetzt ne uran dauert echt ewig über das gesamte kobalt was wir auf lager hatten ja bis auf das bisschen da noch hab ich eigentlich alles größtenteils in den hochofen also in den lichtprobeofen geschmissen da werde ich dann noch ein bisschen was umlagern weil hier liegt noch ein bisschen was in der raffinerie das werden wir gleich mal in den hochofen schmeißen weil der hat nämlich noch platz weil der noch nicht verbunden ist muss ich das hier leider mal mit L machen das ist ja nicht angeschlossen und daran sollten wir Kobalt brauchen ja den Kuchen in den hochofen da liegt Kobalt ja 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 hier hier wir haben auch platin zu verarbeiten und verarbeiten mal Eisen so das heißt auch platin genau da brauchst du schon das hat erstmal 13 tonne eisenärzte und ein paar stahlplatten sind schon da also wenn du willst kannst du dich auch schon bedienen ähm das heißt ein paar also wegen hunde brauche ich mich jetzt an die Rand stehen ja also du könntest wir könnten gucken dass wir vielleicht das letzte stück des Förderbandsystems fertig bauen damit die Kanone am Förderbandsystem angeschlossen ist sag dir was finde ich auch ich baue es achso sollte schlecht so wir brauchen Stahlplatten haben wir Herstellungskomponente brauchen wir ja wie viele Komponenten sind das 1,2,3,4 und eine Ecke ja die Ecke braucht aber andere Sachen ähm was ist denn du nicht achso ja ich weiß es ähm so also was brauchen wir also Panzerglas Motor Stahlrohr wie viel also Panzerglas warte mal dann haben wir hier 4 4 4 4 die Ecke braucht auch 4 ja also brauchen wir äh 20 20 in Auftrag gegeben ok dann brauchen wir Motor hier brauchen wir 8 hier brauchen wir 8 hier brauchen wir eine Ecke auch 8 also 8 mal 5 50 genau haben wir liegt auf Lager sogar gut dann Stahlrohr brauchen wir 12 hier groß oder klein klein 12 ja und auch 12 also 5 mal 12 richtig da brauchen wir noch 20 ok und jetzt gehts los Herstellungskomponente brauchen wir hier 40 und hier brauchen wir oh 40 also brauchen wir 40 mal 5 bei 100 also und Stahlplatten sollten wir eigentlich das Problem ist die Dinger brauchen auch so lange das ist das Problem das ist das Herstellungskomponenten ja aber habe ich einen Auftrag gegeben ok das war schon und Stahlplatten brauchen wir wieviel pro Stück hab ich drinne hast du genug ja alles klar hab ich genug da dann kannst du dir alles bis auf die Herstellungskomponenten schon raus holen aus dem Inventar ist alles schon da ok dann mach mal Platz singen ja ich bin schon weg sooo also wir brauchen Herstellungskomponente genau also zugreifen auf den Lager kannst du am Assembler oben an den Containern und auch am Reaktor da kommst du auch an das komplette Inventar ran weil es ja verbunden ist Stahlrohr klein was hab ich gesagt interne Panzer braucht man nicht ne aber wie gesagt du kannst auch jetzt über den Reaktor zum Beispiel auf das gesamte Inventar der Station zugreifen weil es halt verbunden ist miteinander und dann müsst ihr halt nicht immer über dahin gehen wo es gebaut wird zum Assembler oder so du könnt also überall einfach drauf zugreifen irgendwas haut jetzt hier gerade nicht hin was soll das Herstellungskomponenten fehlen ja und die brauchen ein bisschen diesen Auftrag aber in der Zeit kann ich ja nichts anderes machen oder mach ich jetzt irgendwas falsch doch du kannst die Ressourcen schon reinpacken überall aber du kannst das weiter schweißen weil die Herstellungskomponenten fehlen gern ok aber die brauchen halt ein bisschen man kann jetzt Panzerglas kannst du noch nehmen brauchst du noch die habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen die brauchen im Winter ja und guck mal rein so dann kann ich die Motoren wieder wegpacken was ist denn dieses Panzerglas Munitionskiste die flache Platte da was aussieht wie eine Stahlplatte ein bisschen ach hier ja das ist was der Lass fast auch schon eine Stahlplatte hat jetzt nur ein bisschen heller und hat so eine Schreifen oben drüber gut dann haben wir jetzt ja alles da außer die Herstellungskomponenten genau die brauchen wir das und dann kann ich das wieder wegpacken ich guck mal ob hier was wieder ein Feilen rüber schieben kann ach schon komplett aufgebraucht hast du ein Panzerglas? ja 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 habe ich genau so viel produziert wie gebraucht ja du mich immer sorry der hat schon wieder Nickel nachgezogen der Witzel ja leider tun die Raffinerien sich halt oftmals also das ist oftmals eigentlich ist es gut tun sich halt automatisch immer die Ressourcen rausziehen wie sie brauchen wenn sie zu wenig im Inventar haben ziehen sie sich das nächste raus man muss so ein bisschen gucken dass man versucht die Raffinerie so einzustellen oder das so zu machen dass sie sich das raus holt als nächstes aus dem Container was man auch als nächstes verarbeitet haben möchte das könnt ihr damit erreichen jedenfalls meistens funktioniert ich weiß nicht ob es immer geht aber meistens funktioniert dass ihr das was ihr zuerst verarbeitet haben möchtet das muss auch vorne im Container sein also auf dem ersten Feld sein das könnt ihr im Container frei sortieren wie ihr das haben wollt und dann tut die Raffinerie in der Regel das in der Reihenfolge rausnehmen wie es auch im Container drin ist verstanden? ja alles wirkt jetzt nichts zu war jetzt ein bisschen abgelenkt ganz ehrlich aber du hast es ja auch für unsere Zuschauer erzählt und nicht für mich jetzt ne ja für dich aber auch ich weiß jetzt auch noch nicht falsch ich weiß alles achso du bist allwisschen verstehe man das gibt es doch gar nicht wie lange braucht das? was die Herstellungskomponenten? naaa die brauchen es fehlen immerhin nur 136 Stück 136 na eins ist ja hier schon fertig ja 16 in dem Fall sechs Herstellungskomponenten sind wieder da acht sieben acht neun so schnell geht das Wange ne? ja also Motoren haben wir noch auf Lager ja in keinem Panzer und fünf Kisten und hier bringe ich mal wieder rüber in die Kanone nochmal das geht noch nicht automatisch ja so das läuft noch nicht sobald das Vorderbandsystem zur Kanone fertig ist sollten die Kisten eigentlich automatisch überrutschen zur Kanone mhm sollte also ich hab's noch nie gemacht soweit ich war noch nie soweit ich eine Kanone am Vorderbandsystem angeschlossen hatte das ist der Nachteil jetzt an einem Let's Play, wa? jetzt oder nicht Nachteil, weil jetzt zockt man's mal wirklich dann mal auch regelmäßig ein bisschen länger genau ich muss meine Gesundheit heilen ich bin vorhin ein bisschen zu früh abgeschaltet mit dem Jetpack und bin ein bisschen gestürzt meiner ist ja nicht unbedingt ein Nachteil ist ja eher positiv weil meistens ist es ja so wir kennen's ja immer alle da spielt man hier gerade hier so Space Engineers ja zockt man dann so ein paar Stunden ja dann verdient man irgendwie Lust dran irgendwann braucht man jetzt schon ja genau und wenn man dann halt sowieso alleine spielt dann ist das sowieso nochmal ganz anders richtig so um alle leeren ausblenden hat die Raffinerie sich wieder Dings geholt dann hat sie nicht jetzt kein Eisen nachgeholt dann pack ich jetzt wieder selber Eisen rein ich versuche immer so ein bisschen das hier selber zu kontrollieren und warum machst du willst du wir machen jetzt hier Panzerglas und hast du nicht gesehen hier ja für unsere warum machst du denn nicht mal Glas bei uns im Raum zu bringen ähm das finde einfach jetzt mal gerade jetzt in dem Moment daran liegen dass die der Assembler gerade beschäftigt ist die Kastellungskomponenten ja ja wir haben nur einen Assembler eben wenn die Ausnahme warum bauen wir nicht den zweiten weil das Ding einen Haufen Ressourcen braucht ich kann gerne mal gucken was es braucht ich kann es gerne mal mitgucken damit wir das auch mal sehen ja warte ich will hier nur noch schnell also es geht eigentlich so drauf ne auf dem weiß ich gar nicht wo man hinstellen soll da stell mal hier neben hier oder wie groß ist denn der das ist der Teil jetzt hier unten ne das ist der hier zwei Etagen er ist relativ klein aber ich will ja eine Verbindung zum Förderbandsystem die er haben müsste aber wenn du sie wenn du den hier hinstellst dann ist der automatisch wieder verbunden oder ja warte mal ich muss mal gucken kommt drauf an welche Seite die die Verbindungsöffnungen sind weiß jetzt nicht wo der die Öffnungen hat ob er die oben oder unten hat dann die Richterstrechte ja also ich könnte es so einrichten dass es oben ist so nach dem Motor dann wäre ich am Vorderbandsystem dran dann wäre ich am Vorderbandsystem dran dann wäre ich am Vorderbandsystem dran oh, wie das wird sich ja schlimmes Kompliment naja gut aber der Rest geht eigentlich gut aber das ist eigentlich ein Witz aber das ist eigentlich ein Witz aber von mir aus können wir erstmal einen zweiten aufstellen und dann stellen auch ja naja damit es ein bisschen schneller geht alles ich brauchte mal ein paar Steine dann hast du alle verbraucht ähm ich weiß gar nicht wieviel habe ich denn drin 54 da lebe ich mal bitte rein ich brauchte mal 54 dann lass ich nämlich auch mal hier die Dingssetzer kurz drinnen die Erstellungskomponenten ja da brauchte ich nur 30 äh nur über 40 von den Backen ja also nur so so aber warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal die Folge ist schon wieder zu Ende ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge wie gesagt wenn euch das Video so weit gefallen hat dann lasst uns einen Daumen da da freuen wir also der Ice Dragon und ich natürlich natürlich freuen uns natürlich sehr drüber und hoffe ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei wenn es wieder heißt wir spielen Space Engineers danke wieder fürs zu gucken tschüss und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal